In eindrucksvollem historischem Ambiente präsentiert sich Silke Baumhaiers Blumenkunst im Prinz-Kahl-Palais. Schon von außen lädt das Floristikfachgeschäft zum Eintreten ein. Lassen Sie sich verzaubern von frischen Schnittblumen, außergewöhnlichen Topfpflanzen sowie geschmackvoll arrangierten Blumensträußen und Gestecken. Kreativität, heimische saisonale Produkte höchster Qualität und beste Beratung sind das Credo seit mehr als 10 Jahren. Wer einen besonderen blumigen Rahmen für seine Feier wünscht, ob Hochzeit, Jubiläum, Firmenfest, Weihnachtsfeier oder Traueranlass, vertraut auf das Können von Blumenkunst. Ausgefallene Accessoires, schöne Keramik, trendige Dekoobjekte und kulinarische Köstlichkeiten wie Öle, Weine, Gewürze und verlockende süße Gaumenfreuden vervollständigen das Sortiment und eignen sich perfekt als Geschenke der besonderen Art. Blumenkunst im Prinz-Karl-Palais. Unikate aus Meisterhand.